hallo ihr lieben so jetzt haben wir das hanföl ja was soll ich zum hanföl sagen es sieht so ein bisschen so aus als ob hanföl der absolute exot ist hier das ist aber nicht richtig hanföl zeichnet sich durch die tatsache aus dass dort essentielle bestandteile drin enthalten sind die unser körper braucht und nicht selber herstellen kann woran erkenne ich hanföl ganz einfach an der grünen farbe ich habe mal hier ein bisschen was abgefüllt hier schaut mal das ist hanföl so grün schaut das aus ja wo kann ich das denn verwenden also ich würde es tatsächlich im müsli verwenden das macht sich sehr gut mit milch honig und dergleichen das ist also etwas was woran ich mich also sehr schnell gewöhnen konnte hanföl ist ungeeignet um es irgendwie heiß zu verarbeiten oder sonstige dafür ist der eigene geschmack einfach zu stark hanföl ist gehen wir mal von der thc freien variante aus nicht ohne weiteres anzubauen da sind sehr sehr viele auflagen das ist auch mit dem grund warum einige landwirte sagen sie bauen kein land hanföl mehr an dieses hanföl haben wir jetzt aus einem hanf labyrinth aus sande das ist das dorf in dem ich geboren und aufgewachsen wurde und dort haben wir meine klassenkameraden und ich das sozusagen im rahmen des selbst gemacht projektes abgedroschen und ich durfte das dann entsprechend verarbeiten ja ich werde mal unten in die beschreibung geben was hanföl für essentielle bestandteile hat und wie gut es sich für die gesundheit und für vorbeugende maßnahmen der gesundheit eignet ich kann nur sagen hanföl ist einer der edelsten öle die wir hier in deutschland haben und würde mich wirklich freuen wenn es also entsprechend auch so geschätzt wird übrigens beim hanföl muss man sagen es gibt keine öl samen sondern es sind nüsse botanisch gesehen hat der hanf eine nuss nichtsdestotrotz es ist ungefähr etwas größer als ein rapskorn oder ein rapssamen und ungefähr dreimal größer als senf also von der von der größe her schätze ich mal sind das so 1,52 millimeter die jetzt so ein hanfkorn groß ist und ja die rohkost qualität zeichnet sich dadurch aus dass schwebstoffe da drin enthalten sind das ist auch wichtig das sind geschmacksträger da sind ballaststoffe drin ich wehre mich dagegen öle durchzufiltern sei es auf silikagel oder auf andere art und weise zum beispiel über papierpappe oder synthetische filter nein mein hanföl darf sich absetzen wenn es im gebrauch ist wird es entweder wenn man die trübstoffe haben will aufgeschüttelt oder wenn man keine trübstoffe haben will zum beispiel für die massage zum einreben auf die haut oder wie auch immer oder zur dekoration dann schüttelt man es nicht auf dann verteilt man ist einfach so schön über dem produkt hier kann ich noch mal zeigen wie schön es sich absetzt hier haben wir jetzt diese diese absetzkante ja und hier oben habe ich jetzt also das öl und im laufe der zeit wird es also immer schön dunkelgrün grün ist übrigens das chlorophyll das darin enthalten ist so die zwei minuten 30 sind wieder um ich habe sogar drei minuten 55 geschafft ich bedanke mich für euer interesse habt euch gut und probiert es einfach aus bis dann der christian